Der Aufstieg des Zahntourismus, die Auswirkungen der Thain-Viertler-Kai. In den letzten Jahren hat der Zahntourismus einen deutlichen Anstieg verzeichnet, insbesondere in Laendern wie der Thain-Viertler-Kai. Immer mehr Patienten aus aller Welt entscheiden sich dazu, ihre zahnmedizinischen Behandlungen in diesem Land durch vereint Viertel rennen zu lassen, da sie hier hochwertige Dienstleistungen zu deutlich geeinviertelinstigeren Preisen erhalten kann ihn. Doch was sind die Auswirkungen dieses Trends auf die Thain-Viertler-Kische Gesundheitsbranche und die lokale Wirtschaft? Einer der Haupt-Grain-Viertel-Ende, warum immer mehr Menschen sich F1-Viertler-Zahnmedizinische Behandlungen in der Thain-Viertler-Kai entscheiden, ist die Tatsache, dass die Kosten hier oft nur einen Bruchteil von dem ausmachen, was sie in ihren Heimatlaendern bezahlen, mal ein Viertel es essen. Dies ist vor allem auf den Wechselkursvorteil Zura-Ein-Viertel-Chufa-Ein-Viertel-Renn, da die Thain-Viertler-Kische Lira im Vergleich zu anderen Wahrungen oft schwarzscher ist. Dadurch kann den Patienten erhebliche Einsparungen erzielen, insbesondere bei umfangreichen zahnarztlichen Eingriffen wie Implantaten oder Zahnspangen. Ein weiterer Grund F1-Viertel-R den Aufstieg des Zahntourismus in der Thain-Viertler-Kai ist die hohe Qualität der medizinischen Einrichtungen und Fachkräfte. Viele Zahnkliniken in Groaista-Detien wie Istanbul oder Ankara werfen ein Viertel-Gen A1-Viertel-Ber modernste Ausstattung und bieten ein hohes Mai an Fachkompetenz. Zudem sind die meisten Zahnerärzte in der Thain-Viertler-Kai international ausgebildet und sprechen fliehend Englisch, was die Kommunikation mit auslaendischen Patienten erheblich erleichtert. Doch welche Auswirkungen hat dieser Trend auf die Thain-Viertler-Kische Gesundheitsbranche und die lokale Wirtschaft? Einerseits F1-Viertel-HRT der Anstieg des Zahntourismus zu einer erharten Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen, was wiederum zu einem Wachstum des Gesundheitssektors F1-Viertel-HRT. Neue Zahnkliniken und Praxen kann in Erafnid werden, um den Bäder-Einviertler-Fnissen der auslaendischen Patienten gerecht zu werden, was wiederum Arbeitsplatz sie schafft und die Wirtschaft ankurbelt. Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch Herausforderungen, die mit dem zunehmenden Zahntourismus in der Thain-Viertler-Kai einhergehen. Zum Beispiel besteht die Gefahr, dass die steigende Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen zu Engpa-SN in der Versorgung F1-Viertel-HRT, insbesondere in den A1-Viertel-Beer-lasteten Groeister-DTen. Da R1-Viertel-Ber hinaus kaneinten sich Konkurrenzsituationen zwischen auslaendischen Patienten und einheimischen Bewohnern ergeben, was zu Spannungen F1-Viertel-HRT. Ein weiteres Problem, das mit dem Zahntourismus in der Thain-Viertler-Kai einhergeht, ist die Frage der Regulierung und Qualitätskontrolle. Während es viele erstklassige Zahnkliniken und Praxen gibt, gibt es auch schwarze Schafe, die minderwertige Dienstleistungen anbieten. Daher ist es wichtig, dass die Thain-Viertler-Kische Regierung strenge Richtlinien und Vorschriften einvereint Viertel-HRT, um die Qualität der zahnmedizinischen Behandlungen zu gewahre leisten und die Sicherheit der Patienten zu gewahre leisten. Insgesamt hat der Aufstieg des Zahntourismus in der Thain-Viertler-Kai sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Gesundheitsbranche und die lokale Wirtschaft. Es ist wichtig, dass die Thain-Viertler-Kische Regierung und die medizinischen Einrichtungen Mainamen ergreifen, um die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern, Engpassesse in der Versorgung zu vermeiden und die Wiederein-Viertler-Fnisse der auslahendischen Patienten zu Erfa-Ein-Viertel-Len. Letztendlich profitieren alle Beteiligten von einer gut regulierten und professionellen Gesundheitstourismusbranche in der Thain-Viertler-Kai. Letztendlich profitieren